natürlich nicht und vor allem wir gucken erst mal eben schön beim saufen zu denn ich muss gerade sitzen bleiben kann über das läuft bei der stehen machen wir noch ein bisschen was oder ich trinke etwas ja okay dann quatsch ich den duten an stufe 50 dann muss ich immer noch ein bisschen das ist mein leben ein leben ist einfach toll eine verdauungsdrüse ich würde halt gern hier mal alle blauen quests annehmen ich nicht aber die brauchen wir halt um zu leveln ja natürlich aber das kann man später machen ich suche jetzt erstmal wirklich das gelbe feil gedöns ach hier schafft ja gut erst mal hier raus wo geht's raus da ist schlimm den linken warte mal irgendwie wurde mir gesagt man kann auch drück mach mal m und n ja da kannst du die map aufmachen ja wusstest du das schon ja du arsch warum sagst du mir das das weiß ich toll und ich ja ja aber die ist ganz schön groß kann man die müssen kleiner machen eine methode zur trainer entfernen königin 90 ich mag die ist super warum weil sie dicke boobs hat äh weiß ich noch nicht vielleicht schon wenn sie das wirklich gut wenn sie das wirklich hat dann finde ich so sozial wenn nicht dann halt nicht okay wo rennst du hin dieser komischen ja weil da oben nämlich auch welche sind ja siehst du oh ne oh ne oh doch deine freunde wollen wieder mit dir spielen das ist einfach nur zu herrlich warum haben wir uns nicht einfach nur hierher tippet das ist die beste frage du bist ein bisschen falsch ich bin nicht nur ein bisschen falsch mir hätten rennen 3000 feinde daher ich kann nicht fliegen doch du kannst unten auf deine leiste achten ja aber wenn dann dann kann ich nur auf die schreise fliegen das radet oooooh ne runde mit gleich ne hier sind pilze aber nicht mal das über mich ich hasse pilze ach guck mal Fungi guck mal Fungi ich mag guck mal Fungi Fungi sind zu äh 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 Tyrox die brauchst du sogar für eine Quest ja ich weiß lass mir warte auf äh auf schein ach ne wir müssen von denen was einsammeln und das geht wieder meine ich äh natürlich das ist das falsche ziel lalala hä die sind ja leer ja hast du die grad gelootet nein nein hab ich nicht also grad nicht nein also diesmal nicht meine ich ok ne ich weiß nicht was du hast diese aufgabe ist voll einfach ich hab schon fünf stück von einem na jetzt hab ich auch 5 äh Moos Fungi Dinger scheiße boah was ah nichts äh ich glaub wir sind hier ein bisschen falsch oder? nein ne das ist ne blaue Quest wollten wir nicht die gelbe machen? ne ist mir egal wenn's grad auf dem Weg liegt vor allem das liegt einfach mal gar nicht auf dem Weg ist mir egal da hab ich halt Bock drauf irgendwie sind wir gerade hier komplett neben der Spur aber stimmt nicht aber das ist geil dass du das mit dem Zahnrad machst dann muss ich das nicht machen ja schön guck mal da ist ein Melvin da oben ha 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 pam pam ist Melvin ab sofort pam pam der wird jetzt gekillt pam 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 ah ha 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 und da war Melvin down alter dein Kopf ne der 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 war ja warte mal was ist wenn ich jetzt das hier aktiviere wo komm ich denn dahin you activated my trap card was Was ist wenn ich jetzt das blaue große Ding hier in der Mitte aktiviere wo komm ich denn dahin Es gibt nur einen Weg, das rauszuwünscht. Stimmt, wir aktivieren es einfach mal. Äh, ja. Tirox? Tirox? Äh. Oh, guck mal. Maybe das ist wieder da. Tantan! 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 Oh, geil. Na ja. Ich weiß, wie ich das sagen kann. Schön. So, warte mal. Wo, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich lauf einfach erstmal wieder zurück, weil dort was blaues aufgeploppt ist. Eik. Ja. Denn wir sind voll falsch gerannt. Du hast uns auf die falsche Fährte gelobbt. Null. Oh, egal. Okay, war zwar eigentlich... Hab Bock drauf. War zwar eigentlich ich, aber okay. Ja, wenn du mich schön auf dich gibst. Dann hast du's eben. Oh. Oh. Da steh' ja noch nicht mal wieder da hinten. Ach, nee. Schon wieder in die Ecke. Oder? Oder? Ja. Spuck das aus. Hä? Farbini. Guck mal, Farbini. Äh. Guck mal, Farbini. Äh. Och, nee. Jetzt muss man wieder dahin. Ne, komm. Leck mich. Äh. 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 Farbini. Leckern sie mich an. Oh. Ähm. Hä? Wie wollte man da hinkommen? Halt. Ja? Komm mal kurz wieder zurück. Wo bist du denn? Komm mal kurz zu mir. Hahahaha. Ersatz. Hahahaha. 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 Halbini. Ja. Kommst du da wieder raus? Hahahaha. 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 Oh Gott, das tut weh im Bauch. Hahahaha. 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 Kommst du da wieder raus? Ich stecke fest. Das ist wie mit Ark. Stimmt, wo du in Stein gebackt bist. Oh, nee, das war zu... Warte, 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 warte. Ich wollte dich gerade zum Kampf herausfordern. Und doch nicht. Warte mal, habe ich gerade... Du bist gerade aus dem Stein raus. Ja, aber... Aber? Ich habe die ganze Zeit weh gedrückt. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich dachte... Ich... Ja gut... Das ist wohl etwas zu spät zum Aufnehmen. Ja... Das ist halt einfach zu schön. Ich gebe jetzt erst mal noch schnell die... Ich mache noch schnell die Quest hier hin. Hier hin. Nein! Pst, nein! Nein, du hast nichts gesehen. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber es war so eine ernsthafte Frage. Ja? Ja? Wie... Ja? Kommt man... dorthin? Äh, das frage ich mich halt auch. Du musst wohl irgendwie doch hier so lang laufen, wo wir gerade sind. Hä? Vernichte Pam-Pam! Auch nie. Pam-Pam! Der arme Melvin! Was soll denn aus dem... Werden? Mich greifen den seine gammeligen Kinder an! Ja! Das ist doch gut so. Oh mein Gott! Vor allem wie das einfach kam, dass du die ganze Zeit weh gedrückt hast. Äh... Nach einer Zeit war, wie hat man halt das Gefühl für den Finger... Vor allem, ich schwitze hier voll lachend. Das ist abnormal. Nicht abnormal, das ist... Ja... Ja! Ja! Ist schön. Oh Gott! Haben wir überhaupt schon mal in irgendeiner Folge so herzlich gelacht? Nee, aber warum fängt es jetzt an zu regnen? Das nervt! Was? Wo regnet es? Bei mir. Es regnet. Ja gut, dann... Mach das Fenster auf. Ja, spuck das aus. Okay. Ähm... Wie kommen wir da hin? Nee, warte mal, das mache ich nicht, sonst werden meine Bildschirme nass. Ja, ich weiß es. Ach... Ampel, das Beste ist bei einem... bei so einem Dachfenster... hoffe du weißt, warum ich meine... ...dass... 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 ...dass deine gesamten Bildschirme nass werden, ja? Ja... Stell dir mal vor, du hast vergessen das Fenster zuzumachen... und es fängt erst zu regnen. Ja, das ist dann schon scheiße und... ...ich habe es ja noch beschissener. Aber wenn ich die Wohnung kriege, die ich in Aussicht habe, habe ich direkt ein Dachfenster, kein schräges, sondern ein gerades Dachfenster. Und jetzt überlege mal, ich ver... äh... vergesse bei Regen das Ding zuzumachen. Ja gut. Weil ich halt eine Dachwohnung dann habe. Ja gut. Ja... ...ja, aber zum Glück ist das Dachfenster nur im Flur und nicht in irgendeinem Zimmer drinnen. Ja gut. So... ...eins Teilrocks, du wartest bestimmt noch auf Pan Pan, oder? Ja? Ja? Ich war grad, ähm... Also du wartest noch auf Melvin, gut. Hier ist Pan Pan wieder. Guck mal, Pan Pan. Pan Pan ist ne kleine Topflanzer. Hau das Gumbie-Geding um. Das hat halt aber wirklich irgendwie... ...Ähnlichkeit mit Melvin. Ja, sag ich ja. Ach, Melvin. Hier gibt's... Oh, okay. Entweder du holst sie dieses Spielsitz auch, oder... ...die Leider sind die Zweiterin als Pan Pan. Ja. Ich meine umgekehrt, also wir beleidigen da Pan Pan bei der Hände. Ich muss... Ich muss den Discord dann noch ändern zu Pan Pan. Jaaaa. Oh, das wär so schön. Das ist... Das wird schön. Ich glaub, der weiß... Der weiß das ja noch nicht. Egal.